Ohne Schockierassistent war das Problem, der Gerätefahrer musste diese Bedienung permanent manuell durchführen, was bei länger andauernden Ausschüttelvorgängen extrem belastend für den Gerätefahrer war. Mit dieser Schockierfunktion, bei der man bestimmte Parameter vorjustieren kann, konnte diese Bedienung erheblich erleichtert werden. Mit nur einem Knopfdruck ist der Gerätefahrer jetzt in der Lage, wesentlich effektiver und schneller das Bohrgut abzuschütteln.